jo und damit begrüße ich euch zu einem neuen projekt ja ihr seht es ist happy feed 2 ja ein grandioses spiel und ich würde sagen wir machen auf jeden fall mal eine speicherdatei und schauen auch direkt loszulegen wow also man sieht schon wir haben hier viel zu berichten also wir sehen hier eine wunderschöne malerische landschaft also die ist nicht in worte zu fassen hier aber gut ich würde sagen er ist nicht schön aus so schöne pinguine sie sahen die nicht schön aus ja das klingt ja cool ja also wir spielen ein tolles spiel okay das scheint nur ein hinweis zu sein okay wie kann also kann ich springen das wollte ich doch gucken ja okay wow das klingt doch cool hier das sieht doch sehr cool aus ja happy feed ein tolles spiel mit schönen coolen pinguinen und so ding hoch oder auch nicht das ist doch echt cool aus hier und so wir können durch den schnee rutschen johu ist das nicht cool das macht doch zum pinguinen spaß ja ja muss ich jetzt lang muss ich hier runter ich gehe mal davon aus ist mir schön viel musik machen ich komme auf die tricks hinaus für die moves ja müssen dann tanz muss machen auf dem müssen auch einen auf michael jackson machen komme ich da auch so runter vielleicht haben wir noch nicht die fähigkeiten ja anscheinend haben wir noch nicht die fähigkeiten müssen uns doch noch erholen hier irgendwo wenn wir hier viele noten einsammeln die magischen noten und noch mal tanzen hier oh ja tanzen 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 ach na ja hier auch noch wieder die bösen eisblöcke die wir nicht kaputt kriegen können erinnert mich schon fast an mario hier aua böser pinguin hier böser böse 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 ganz böse hier dafür musst du erstmal tanzen hier da muss ich wahrscheinlich erinnert loch okay er hat loch gesagt ja also ihr merkt schon das könnte ein ziemlich lustiges lp werden hier oh gott die sind ja richtig böse diese pinguine hier die bösen killer pinguine erwarten uns oh mein gott das funktioniert aber leider nicht so ganz so wie ich das erwartet hätte aber man muss ja sagen es hat eine richtig geile musik hier ja also warum nicht gleich so immer schön im rhythmus bleiben hier groovy baby immer schön grooven hier grooven grooven ich hoffe ihr groovt auch mit gerade ich hoffe ihr groovt auch mit bei dieser coolen groovy musik ich wusste dass der runter fällt aber ich wollte eigentlich noch die noten an wenigstens haben weil wenn das schon noten sind dann muss da ja was sein dann muss da ja eigentlich schon was sein hier dann langsam ein bisschen raus hui hui eine goldene note heute im bereich wahrscheinlich war dass wir nicht gestorben sind obwohl wir von so einem eis ding kaputt gemacht wurden auch nie kann man auch zerstören alles klar so viel zu entdecken und zu erkunden in dem spiel aber ich vermisse einen wandsprung aber wahrscheinlich kann unser freund der pinguin sich nicht so wirklich anwende und eis festzahlt wenn ich das so sehr na gut kann man nichts dran ändern kann man nichts dran ändern und das ist vielleicht eine dumme idee nur ich will daran kommen aber das geht irgendwie auch nicht das geht irgendwie leider auch nicht dann muss ich dich erst mal die bösen bösen gemein pinguine hier die uns wehtun ach jetzt bin ich wieder im kreis gelaufen hier na super kannst du irgendwie auch schneller rennen kauf hier nicht meine meine noten hier das gefällt mir gar nicht hier glauben hier nicht meine noten zeig dir wie getanzt wird hier nur unser pinguin hat stil auf jeden fall damit du das nicht vergisst hier damit du das auf gar keinen fall vergisst so und du kriegst auch noch mal eine rein hier weil du es weil weil ich mal so nett bin boah sind unsere krassen rufs hier auch wir müssen die die sind wohl von einem bösen geist besessen jetzt sehe ich das erste die müssen wir wieder mit unserem tanz stil freundlich stimmen wow ein looping wo sind jetzt hier noch bei sonic angekommen oder wie sieht es aus auch schade die habe ich nicht bekommen die habe ich leider nicht bekommen das muss ich bestimmt auch wieder kaputt machen ja kaputt machen kaputt 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 ich habe es in meinem ziel angekommen die mega nut oh yeah level beendet wow rang c ist doch nicht euer ernst hier ist doch echt nicht euer ernst hier ach komm wir machen noch ein level für den ersten part oder ach komm steckt er im eis fest steckt er im eis fest doch wie sie alle traurig da sind es hier alle traurig ok machen wir noch weiter mit diesem grandiosen level design und level aufbau also der seines zeichens sucht also ach ja ich habe auch gar nicht erzählt hier wie das projekt hier ablaufen würde das ist ja klar hier dass wir das 100 prozent machen das ist ja logisch wie sich es auch gehört sollte wohl klar sein hier dieses schöne spiel das werden wir zu 100 prozent natürlich abschließen wir werden da jedes level machen und ich werde natürlich auch wieder zurückgehen in die level wenn ich da die fähigkeiten habe und dann werde ich auch gucken hier dass ich alle noten einsammeln die man kriegen kann das ist ja wohl verständlich ich denke dass das sollte wohl verständlich sein hier sollte ja wohl klar sein oh gott ein richtig böse hier wobei der ist sogar ein bisschen ein angenehmer fast würde ich sagen wow strömungen wow diesen schönen blasen hier aber wenigstens hier einen schönen pinguin der sich ohne problem unter wasser fortbewegen kann also auf gar keinen ohne wirklich gar keine probleme haben wir beim schwimmen und wenn das so aussieht als würde ich hier so ein bisschen die steuerung hier nicht so klarkommen dann sieht das nur so aus im spiel normalerweise das sieht nur so aus in Wahrheit treffe ich jeden jeden sprung ohne probleme wie komme ich da hoch ich will da hoch was auch immer das da oben ist ah wow das ist ja der Wahnsinn ja finde ich auch das finde ich auch obwohl du nichts gesagt hast kann ich dich trotzdem verstehen ich weiß was du denkst ich weiß es Baby ich weiß es dümdüm 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 mach das nicht ist das nicht schönes Lied hier schöne Klänge schöne wunderschöne Klänge hier wunderschöne Klänge Traumhaft 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 ich will hier an die Oberfläche ich will hier an die Oberfläche Hallo ich will hier an die Oberfläche Dankeschön Dankeschön Oh das ist eine kleine Wippe hier Ja und du tanzt wieder mit mir Tanzt Baby Danzt 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 Aber dafür dass es ein Pinguin ist bewegt er sich hier im Wasser ziemlich auf dem Eis langsam unser guter Freund aber gut vielleicht kommt mir das auch nur so vor vielleicht kommt mir das auch nur so vor jetzt muss ich hier die Wippe hier anders machen oh interessant ach du bist noch dümdüm dümdüm da komme ich schon fast selbst ins Rhythmusgefühl rein und muss da auch mit tanzen und mitsingen aber das tue ich mal nicht oh eine goldene Note hui wie schön da klingeln die Kassen was auch immer das bringt eine Note zu verkaufen aber wer weiß so tanzt mit mir ihr sollt mit mir tanzen na dann halt wenigstens du dann halt wenigstens du aber ich habe ja noch gar nichts zur Story verraten hier also ich habe ja das nur so weitestgehend übersprungen weil wir hier von diesem geilen Gameplay was sehen wollen aber natürlich ist die Story Steuerung natürlich ich fange jetzt auch schon wirres Zeug an zu reden natürlich dass unser Freund der Pinguine hier aus Happy Feeds ja eigentlich kann jeder der Pinguine hier eigentlich gut singen aber er hier nicht er kann nur gut tanzen und das müssen wir jetzt allen anderen Pinguinen hier einbläuen weil das tanzen besser ist als singen ich denke mal das versteht ihr auch naja vor allen Dingen auch an mir hier man will ja nicht meine Stimme hören aber man kann mich auch nicht sehen von daher bringt das gar nichts was ich hier rede immer wieder aber nein aber nein aber nein aber nein aber dafür steigt hier eine richtig krasse Party ich glaube wir sind beim Ziel naja wir sind beim zweiten Ziel angekommen und haben eine weitere schicke Statue von uns das ist nicht geil oh yeah aber ich würde sagen für den ersten Part war es das ich habe schon wieder einen C-Rang das finde ich aber so traurig naja aber wie dem auch sei wie dem auch sei das nächste Level machen wir nicht mehr das werde ich jetzt verlassen genau das werden wir verlassen genau und damit würde ich sagen war es das für den ersten Part wenn es euch gefallen hat hoffe ich ihr schaut auch beim ersten also beim nächsten Part wieder rein und gibt Daumen hoch und favorisiert das Video und liked es und teilt es und ja damit würde ich sagen dann sehen wir uns auch dann beim nächsten Mal wieder ne ja also immer schön liken nicht vergessen und damit bis dann und Tschüss euer Jake nein Spaß nein Spaß ich denke mal ihr habt es in den letzten 10 Minuten gemerkt für den heutigen passenden Tag dachte ich mal mache ich auch mal was lustiges und bringe euch ein schönes April Scherz Video natürlich wird das kein Projekt und das glaube ich mal werde ich auch überhaupt nicht machen nicht 100% gar nicht aber ich denke mal wir haben 10 Minuten eine lustige Unterhaltung gehabt könnte ich mir so vorstellen also gut wenn es euch gefallen hat würde ich mich trotzdem über eine Bewertung freuen müsst ihr halt nicht aber es würde mich trotzdem freuen aber ansonsten könnt ihr gerne bei den anderen Projekten reinschauen die sind wahrscheinlich dann doch ein bisschen ja ein bisschen unterhaltsamer glaube ich als diese 10 Minuten gerade aber gut aber gut ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und wünsche euch dann einen schönen 1. April und ja bis zum bis zu einem der anderen Videos bis dann und tschüss euer Jake